Hallo Freunde, hier ist Armin Staudt mit einem Photoshop Tutorial. Heute möchte ich euch mal eine kreative Spielerei zeigen. Falls ihr mal Langeweile habt und ein bisschen rumprobieren wollt, könnt ihr schöne Bleistiftzeichnungseffekte mit ganz einfachen Tricks erreichen. Und zwar mache ich gerade eine größere Videoreihe bzw. ein ziemlich langes Video über Ebenen-Modi. Ich finde, dass das endlich mal Zeit ist, dass ich mich mit diesem Thema näher beschäftige. Das ist eine komplizierte Sache und zwar habe ich mir zum Ziel gemacht, dass ich auch für jeden Ebenen-Modus auch ein paar Beispiele finde. Und ich kann zwar für den Modus dividieren, in dem wir uns jetzt hier befinden, ein paar Beispiele, die sind aber nicht so eindrücklich. Und deswegen habe ich jetzt einfach ein neues erfunden. Allerdings weiß ich nicht, ob ich das erfunden habe. Ihr wisst ja, wie das ist. Vielleicht habe ich das Rad jetzt schon zum hundertsten Mal erfunden. Ich habe es jetzt nicht gegoogelt oder so. Ist ja auch völlig egal. Passt mal auf. Normalerweise, wenn ich eine Ebene, ein Duplikat einer Ebene in den Modus dividieren setze, dann wird das Bild einfach weiß bis auf so ein paar schwarze Flecken. Manchmal hat man auch so komische gelbe Bereiche im Bild. Das kommt total auf das Bild an. Das kann man nicht vorhersagen. Das sieht man immer erst hinterher. Also, wenn ich mein Bild in den Modus dividieren stelle, das wäre normal, das wir dividieren, wird es einfach weiß. Da wir jetzt in Richtung Bleistiftzeichnung gehen wollen, habe ich das Ganze natürlich schwarz-weiß eingefärbt. Das macht man ganz einfach mit einer grauen Farbfläche im Modus Farbe. Dann wird das Ganze schwarz-weiß. Aber im Moment sehen wir ja nur weiß. Das wäre also schwarz-weiß. Das ist bunt. Und jetzt sehen wir ja nur weiß, weil wir den Modus dividieren genommen haben. Und dann habe ich angefangen, ich weiß echt nicht warum, wie ich gerade darauf gekommen bin, Filter auf diese Ebene anzuwenden. Weil es ist immer so, wenn ihr zum Beispiel mit dem Modus subtrahieren oder dividieren ein schwarzes Bild bekommt und dann Filter darauf anwendet, dann seht ihr die Änderungen. Und das wollte ich im Modus dividieren mal ausprobieren. Das heißt, jetzt sehe ich ja ein weißes Bild. Immer wenn man solche extremen Zustände hat, dann kann man mit Filtern diese extremen Zustände verändern. Und dann sieht man quasi, was sich im Gegensatz zum Original verändert. Das ist ja das Original. Das ist die Kopie vom Original. Die habe ich in dividieren gesetzt. Und wenn jetzt an diesem Bild hier durch einen Filter zum Beispiel etwas verändert wird, dann müsste ich die Veränderungen sehen. Und genau das passiert hier auch. Und zwar auf eine unerwartete Art und Weise. Also zum Beispiel der Filter helle Bereiche, den man ja nicht so unbedingt oft verwendet, der macht folgendes. So ein schönes pointillistisches Bleistiftbild. Den Filter findet ihr hier unter sonstige Filter, helle Bereiche und dunkle Bereiche. So, dann habe ich gesagt, probiere doch mal dunkle Bereiche aus. Machen wir jetzt mal. Und habe folgendes gesehen. Wenn wir dunkle Bereiche nehmen, dann passiert hier rein gar nichts. Das heißt, ich brauche Filter, die mein Bild heller machen. Obwohl das jetzt schon weiß ist. Aber wenn wir es heller machen, das heißt die Zahlen, mit denen dividiert wird, größer machen, dann bekommen wir dunkle Bereiche im Bild. So, und jetzt bekommen wir dunkle Bereiche im Bild, die eigentlich sehr schön wie so eine feine, zarte Bleistiftzeichnung aussehen. Dann habe ich gesagt, hm, ist mir vielleicht ein bisschen zu zart, dann nehmen wir doch mal einen Gauschen-Weichzeichner hinzu. So, jetzt muss man immer wissen, bei Smart-Filtern, wenn man die aufbaut, der hier unten wird als erste ausgeführt. Das, was jetzt hier der helle Bereiche-Filter macht, das ist jetzt die Grundlage für alle anderen Filter. Also zum Beispiel für den Gauschen-Weichzeichner. Der zeichnet jetzt das weich, was ich vorher mit den hellen Bereichen quasi erreicht habe. Und jetzt kann man hier einfach verschiedene Radien ausprobieren. Also große Radien, dann ist das wie so eine richtig durchschattierte Bleistiftzeichnung. Kleinere Radien machen einfach mal ein Bild. Guck mal hier, wie das jetzt hier um die Augen herum schärfer wird. Und kleinere Radien machen einfach die ganze Geschichte hier ein bisschen schärfer. Ey, wunderbar. Ich finde das total geil. Ich liebe das. So, dann, was gibt es denn noch? Wir könnten zum Beispiel mal diese ganzen Kunstfilter ausprobieren. Das Blöde an den Kunstfiltern ist folgendes. Ich nehme jetzt mal irgendeinen, dass man jetzt keine Vorschau hat. Sondern man hat jetzt einfach immer diese Filtergalerie, die ich persönlich überhaupt nicht mag. Ich mag die überhaupt nicht. Ich würde, ich weiß gar nicht, ob das geht, ob man die irgendwie ausschalten kann oder so und diese Filter direkt sieht. Auf jeden Fall habe ich ein paar ausprobiert und da fand ich zum Beispiel Buntglas gar nicht mal schlecht. Guck mal. So, ein ganz interessanter Effekt. Und schau mal, was passiert, wenn ich jetzt Rauschen hinzufügen dazunehme. Ziemlich seltsame Sache, ja. Das heißt, hier könnt ihr wirklich kreativ werden. Das macht richtig Spaß. Ich sitze hier schon eine halbe Stunde oder so und schiebe die immer hin und her. Und jetzt kann ich auch mal zeigen, wie wichtig das ist, wie die Reihenfolge dieser Filter ist. Weil Buntglas trifft ja jetzt auf diese Pixel hier. Also auf dieses Rauschen. Und wenn man dieses verrauschte Bild mit Buntglas verarbeitet, sieht das eben so aus, dass ich quasi eigentlich alle Bildinformationen verliere, aber dadurch einen ziemlich genialen Effekt bekomme. Wenn ich das jetzt aber umdrehe, das heißt, erst wird Buntglas ausgeführt und dann Rauschen. Dann wird quasi das hier mit dem Rauschfilter verarbeitet und dann kommt eben das dabei raus. Also in diesem Fall würde ich sagen, dass das Rauschen sehr wahrscheinlich ein bisschen stark ist. Gehen wir mal runter. Dann müsste ich jetzt wieder das Buntglas haben. Und könnte das jetzt nochmal so ein bisschen... Guck mal. Guck mal, sage ich. So, schau mal, was man da für geniale Sachen mitmachen kann. Das heißt, ohne irgendwie teuren Filter für 89,90 Euro oder sowas, sondern einfach nur mit einer Ebene im Modus dividieren. Da drüber ist eben noch eine Schwarz-Weiß-Ebene. In Bunt könnte es ja vielleicht auch interessant aussehen. Kann man wunderbare Geschichten mitmachen. Ich mache jetzt nochmal Blendenflecke an. Mal gucken, was jetzt passiert. Und dadurch hat man jetzt hier nochmal das Gesicht so ein bisschen dunkler bekommen. Also, ich kann euch da jetzt noch nicht so das Rezept sagen, macht die und die Filter in der und der Reihenfolge. Keine Ahnung. Sondern, wie gesagt, das soll eine kreative Spielerei sein. Ihr könnt einfach alle Filter, die ihr findet, außer die 3D-Filter, die solltet ihr nicht anwenden. Dann muss man nämlich Photoshop neu starten. Ich habe mal eben den hier ausprobiert. Hat mein Photoshop getilt. Das heißt, ich musste Photoshop neu starten. Also macht mal 3D nicht. Aber ihr könnt quasi alles mal ausprobieren. Alles, was es hier so gibt. Und dann verschiedene Kombinationen finden. Und wenn ihr da was Tolles findet, dann schreibt mir das doch einfach in die Kommentare rein. Dann würde ich mich sehr freuen. Oder kommt in die Pixel-Nerd-Gruppe und zeigt dort die Ergebnisse von euren Experimenten. Würde mich sehr freuen. Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Euer Amir Staudt. Was ist ост